Ich bin Anna und habe die Online-Plattform erledigt.ch entdeckt. Hier kann ich schnell und einfach zwischen meinen Projekten mit unterschiedlichen Teams hin- und herswitchen. Mit erledigt.ch organisieren meine Geschäftskollegen und ich den gemeinsamen Grillabend. Mein Volleyball-Team ist stets über kommende Anlässe und Spiele informiert und mein Freund und ich lieben es, uns gegenseitig die To-Dos im Haushalt zuzuschieben. Erledigt.ch Jetzt gratis einloggen und du hast den vollen Durchblick.